Bayern Stars denken an Abschied Ivica Olic und Daniel Pranjic sind mit ihrer Reservistenrolle beim FC Bayern unzufrieden und denken über einen Wechsel nach. Olic kam beim DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt nur zu 30 Minuten Spielzeit. Gegenüber Gold.com machte der Kroate nun seinem Frust Luft. Wenn ich sehe, dass ich auch zukünftig nicht mehr Einsatzzeit bekomme, dann muss ich mir Gedanken über einen Wechsel machen. Auch sein Landsmann Daniel Pranjic kommt bei den Münchnern kaum noch zum Zug und kogentiert mit einem Abgang. Ich muss abwarten, was im Winter passiert. Ich versuche eine bessere Lösung für mich zu finden. Auch eine Ausleihe zu einem anderen Bundesligisten kann sich der Kroate vorstellen. Randale bei Lautern Sieg. Mindestens acht Polizisten sind bei Krawallen am Rande des DFB-Pokalspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Kassels Lautern verletzt worden. Einige Randalierer hatten bereits vor der Partie mit Steinen, Böllern und Flaschen geworfen. Acht Fußballfans wurden festgenommen. Im Gedränge am Bahnhof wurde ein Fan vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Corinthians Buhlen um Tevez. Corinthians Sao Paulo hat den Kampf um Carlos Tevez von Manchester City offenbar noch nicht aufgegeben. Die Brasilianer wollen laut dem Daily Mirror nun einen neuen Anlauf starten, den Angreifer zurückzuholen. Klubpräsident Andres Sanchez versucht allerdings aufgrund der jüngsten Querelen um den Argentinier, die geforderte Ablösesumme nach unten zu drücken. Sanchez wörtlich, wir werden keine 45 Millionen Euro für ihn zahlen. Sein Marktwert liegt heute vielleicht bei 20 Millionen Euro, da er bei Manchester City so viele Probleme hat. Die Brasilianer wollen mit Steinen, die geforderte Ablösesumme nach unten zu drücken. Die Brasilianer wollen mit Steinen, die geforderte Ablösesumme nach unten zu drücken.